Mit der Version Camtasia 2022.0.0 wurde der neue, moderne Exportdialog eingeführt. Wir klicken auf Exportieren und haben dann als ersten Menüpunkt Lokale Datei. Darunter ist in der aktuellen Version 2022.4.1, die ist heute erschienen, also am 13. Dezember, gibt es wieder den Punkt Lokale Datei Alt. Den gab es zwischendurch mal nicht. Wir rufen also den neuen Dialog auf und Sie sehen schon, der ist deutlich aufgeräumter. Es gibt hier empfohlene Dateitypen, MP4. Man kann aber auch nur Audio und das MP4 mit dem Smart Player exportieren. Dateinamen angeben, Speicherort angeben und dann gibt es hier den Punkt Erweiterte Einstellungen. Für meine Augen ist der Pfeil falsch rum, aber gut, wenn ich darauf klicke, dann klappt das auf. Und dann habe ich die aktuellen Projektabmessungen. Die kann ich natürlich verändern. Ich habe eine Kodierung. Das heißt, ich kann die Framerate ändern. Ich kann weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Qualität. Aber was ich nicht mehr kann, ich kann hier nicht umschalten von NTSC auf HD-TV. Was das für Auswirkungen hat, werden wir gleich sehen. Und im Audio kann ich noch die Bitrate der Kodierung angeben, mehr nicht. Eine Neuerung ist hier die Möglichkeit, die GPU, also den Grafikprozessor fürs Rendern, zu verwenden. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja super, das wird das ja ewig beschleunigen, weil der Grafikprozessor generell wesentlich schneller ist als die normalen RAM-Bausteine. Aber es ist doch irgendwie doch alles etwas anders. Gut, das wäre also dieser letztendlich normale Output, den man dann verwendet, wenn man etwas rendern möchte. Jetzt schauen wir uns mal den Output an. Ich habe hier eine Beispieldatei mit ein bisschen Stock-Video, mit hier so einer Bauchbinde und dann noch einer zweiten Bauchbinde. Und insbesondere die zweite Bauchbinde werden wir uns gleich genauer angucken. Und hier hinten habe ich noch die ganzen Graustufen eingetragen, also in 10%-Schritten. Und habe die Hexadezimalwerte dazu geschrieben, weil wir uns das gleich, wie gesagt, etwas genauer angucken. Nach dem Rendern, ich habe also diese Datei dreimal gerendert. Einmal als nur MP4, das ist diese zweite hier. Das heißt, mit der GPU, also mit dem Grafikprozessor. Alles gut, denkt man. Aber ohne Grafikprozessor, das ist die hier drunter, ist die Datei 10 MB kleiner. Ist aber von der Qualität in meinen Augen absolut identisch. Und das verstehe ich schon mal nicht. Die Renderzeit war in beiden Fällen, handgestoppt, aber circa 17 Sekunden. Also für ein 23-Sekunden-Video eigentlich im Rahmen. Aber es war weder mit noch ohne GPU irgendeinen Unterschied zu erkennen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Die beiden, obwohl sie so unterschiedlich in der Größe sind, sehen, wie gesagt, mehr oder weniger gleich aus. Und ich starte das Ganze jetzt mal. Und schauen uns das an. Mauszeiger ist raus. So weit sieht alles noch gut aus. Und jetzt kommt dieser graue Balken. Und ich hoffe, man sieht das später auch. Hier sind richtig fiese Streifen zu sehen. Wenn ich das weiter abspiele, werden die gleich weg sein. Und dann bei der nächsten Animation wieder da sein. Jetzt sind sie weg. Und jetzt kommen sie bei dem Dunkelgrau wieder dazu. Bei den Farbwerten ist es folgendermaßen. Ich halte das mal an und nehme mal die Camtasia-Farbpipette. Das Camtasia ist jetzt auf einem anderen Bildschirm. Das macht aber nichts. Wenn wir uns das angucken, weiß, also 6 mal F stimmt hier. Oh, statt E6, E6, E6 haben wir hier E9, E7, Ea. Nicht, dass man das unbedingt sieht, aber es ist doch nicht die Farbe, die wir eingestellt haben. Das gleiche bei dem 20% Grau, 30% Grau, 40% Grau, 50, 60, 70, 80, 90. Alle haben unterschiedliche Farbwerte. Erst Schwarz stimmt wieder. Also Schwarz und Weiß stimmt. Wohlgemerkt, der neue Export ohne GPU, aber auch der mit GPU sind beide identisch vom Output. Jetzt schauen wir uns mal das andere Video an, was ich mit dem alten Export gemacht habe. Das lassen wir laufen. Ja, so weit sah das andere auch gut aus. Alles prima. Und jetzt kommt dieser graue Balken herein und es sieht wunderbar aus. Ich habe hier keinerlei Streifen. Es sieht wunderbar aus. Auch wenn der andere graue Balken kommt, keine Streifen, alles prima, sieht super aus. Und bei den Farbwerten, auch da gehen wir wieder in die Pipette, sind wir FF stimmt, E7 ist leicht daneben, aber nicht so weit, CC stimmt, B3 stimmt, 99 stimmt, 80 stimmt, 4D stimmt, 33 stimmt, 1A stimmt und 0. Das heißt, wir haben nur einmal eine leichte Abweichung hier, die wahrscheinlich nicht zu sehen ist und die anderen neuen Graustufen funktionieren. Das heißt aus meiner Sicht, wenn Sie Sachen rendern, nehmen Sie unbedingt den alten Export und ich zeige auch nochmal, wie man das dann entsprechend einstellt. Wenn wir also in den Export gehen und dann lokale Datei alt wählen, dann gibt es hier in der Liste die benutzerdefinierte Produktionseinstellung und die nehmen wir auch. Klicken auf Weiter, MP4 stimmt, Controller, falls das angehakt ist, bitte weg, Größe, alles klar. Und bei den Videoeinstellungen, da achten Sie bitte drauf, dass hier unbedingt HDTV steht. In den USA wird NTSC verwendet, das ist meines Wissens die Standardeinstellung, wir verwenden HDTV und dann stimmen die Farben auch. Und dann auf Weiter und nochmal Weiter, dann Dateinamen angeben, ganz normal, so wie das früher war. Also verwenden Sie im Moment, das ist mein Vorschlag, nicht den neuen Export, sondern den alten und dann haben Sie gute Videos. Das Rendern ist völlig egal, der alte Renderer und der neue Renderer funktionieren genauso, bzw. der neue funktioniert etwas schlechter, aber von der Renderzeit her ist keinerlei Geschwindigkeitsvorteil. Deshalb verwenden Sie die alte Version. Viel Spaß dabei! Vielen Dank! Vielen Dank!